Ich begrüße euch ganz herzlich hier aus dem TSW 4 von der Strecke Aschaffenburg nach Gemünden, auch bekannt als Mainz-Spessart-Bahn von der Baureihe 182 in dieser Dispo-Lock-Lackierung. Da kommt noch ein Güterzug herangefahren und wir haben hier diese E-A-NOS-Wagen hinten dran von VTG. Die sind noch alle beladen, das heißt also ein sehr schwerer Zug, den wir jetzt hier fahren werden, während der Kollege einen eher kurzen Zug schleppt. Sehr, sehr schön, also ordentlich was los. Und genau, ja, wir sind hier unterwegs mit diesem VTG-Wagen und unserer 182 von Dispo-Lock und steigen mal ein in den Führerstand. Wir haben schon Signal, Fahrtrichtungswender in die Vorwärtsstellung, die Bremsen haben wir schon gelöst. Aber jetzt sehen wir noch kurz die Lockbremse einmal an. Wir schalten mal die PZB an. Ja, ich glaube mittlere Zugart ist nicht so adäquat. Ich glaube die untere Zugart ist tatsächlich besser. Also untere Zugart ausgewählt. Dann einmal die Spitzensignale und Schlusslichter. Bremsart G ist, glaube ich, an dieser Stelle sinnvoll. Stromabnehmer. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ist das ein Gefahrengut? Ist das brennbar, was wir hier geladen haben? Ich kann es nicht genau sagen, weil ich mir nicht zu 100% sicher bin, was es geladen ist, was hier geladen ist. Aber es könnte durchaus eine Gefahr sein. Dann nehmen wir mal lieber den vorderen Stromabnehmer, würde ich behaupten. Ist vermutlich besser. Federspeicher ist gelöst. Türsteuerung können wir nicht an dieser Stelle einstellen. PZB machen wir wieder aus und wieder an. Dann müsste jetzt die Zugart auch gewechselt haben. Genau, wir sind in der unteren Zugart an dieser Stelle. Sehr gut. Dann können wir noch das Hauptschalter... Sind wir das? Ne, wir rollen nicht. Unsere Lokbremse ist noch angezogen. Genau, müssen ja noch erstmal fertig aufrüsten. Die PZB ist jetzt an. Dann einmal den Hauptschalter raus. Genau, wir sehen, wir haben jetzt 0 kv. Dann den Stromabnehmer runter. Und jetzt an dieser Stelle den Stromabnehmer hoch. Genau, der vorderen ist jetzt rum und Hauptschalter hinterher geschmissen. Jawohl, wir sehen, 15 kv. Sehr gut. Dann können wir hier noch in die Funktion rein. Die E-Bremserhöhung. Ja, machen wir sie mal an. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich erlaubt ist an dieser Stelle. Aber sei es wie es sei. Genau, wir haben 15 kv. Hauptschalter ist an. Dann können wir wieder zurück in die Fahrmotoransicht. Lösen die Bremsen. AFB lassen wir aus und schalten Leistung auf. Machen wir uns noch vielleicht das Leselicht an. Allerdings hätte ich es gerne gedimmt. Können wir es nicht dimmen? Da. Genau. Wir dimmen es noch ein bisschen. Scheibenwischer brauchen wir nicht. Hervorragend. So, warum fahren wir nicht? Achso, natürlich, weil die Lokbremse angezogen ist. My bad. So, wir machen mal eine vereinfachte Rollprobe. Das heißt also, wir fahren mal an. Und lassen mal den Zug rollen. Nehmen wir jetzt die Leistung raus. Und wir sehen, wir rollen weiter. Das heißt also, keine Bremse ist angezogen. Dann schalten wir jetzt weiter Leistung auf. Und auf geht's. So. Nicht zu viel Leistung auf einmal geben. Wir haben einen recht schweren Zug, glaube ich, am Haken. Dementsprechend wollen wir nicht die Schraubkupplung zerstören, wenn wir jetzt zu viel Leistung auf einmal aufschalten würden. Wir hören den Tonleiter. Können auch das Fenster aufmachen. Okay, macht keinen Unterschied. So, langsam Fahrt. Ausfahrt mit 40. So. Genau, ja. Mit 40 dürfen wir aus dem weichen Bereich raus. Wir befreien uns auch. Aber wir können uns wechseln, blinken und befreien. Ja, können wir. Wir müssen darauf achten. Höchstgeschwindigkeit heute 100 kmh. Hinten haben wir auch die... Ne, wir haben hinten keine Zugschlusstafeln. Warum das denn? Kümmern wir uns erstmal ganz kurz darum, dass wir nicht zu schnell werden. Und wir haben auch das Signal, dass wir beschädigen müssen. Oder? Doch, das scheint für uns zu sein. Außer wir fahren jetzt hier links dann nicht. Ah, sieht tatsächlich so aus. Ja doch, ja. Die weichen Straße ist hier nach links gelegt. Das heißt also, das Vorsignal gilt nicht für uns. So, wir bleiben weiterhin bei 40, bis wir tatsächlich aus dem weichen Bereich draußen sind. Und dann drehen wir uns einmal ganz kurz nach hinten. Spitzensignale. Im Moment, ich muss mir das gleich nochmal on Detail angucken. So, erst einmal ganz kurz die Leistung wieder rausgenommen. Und jetzt drehen wir uns mal nach hinten. Hierhin. Und gucken uns das mal genauer an. Ja, eigentlich müsste es so schon korrekt sein, dass dann hinten die Zugschlusstafeln sind. Das dürfte eigentlich schon die korrekte Einstellung sein. Haben wir aber trotzdem nicht das doof. Aber wir haben den weichen Bereich dafür verlassen. Das heißt also, wir schalten jetzt weiter Leistung auf und gehen jetzt mal hoch auf die 100, die wir fahren dürfen. Dann machen wir allerdings folgendes. Einmal die Leistung rausnehmen. AFB-Hebel nach vorne gelegt. Und dann schalten wir die AFB auch an. Während uns jetzt noch ein Zug entgegenkommt. AFB-Hebel nach vorne. AFB-Hebel nach vorne. AFB-Hebel nach vorne. AFB-Hebel nach vorne. Hervorragend. hier Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg an dieser Stelle müsste eigentlich ja doch, ja genau das ist die Schnellfahrstrecke hier die wir ja tatsächlich auch befahren können allerdings jetzt nicht mit dieser Karte nicht mit der Main-Spessart-Bahn und verbunden sind leider die Strecken nicht miteinander wir werden die Schnellfahrstrecke auch später nochmal wiedersehen das ist nicht das einzige Mal, dass wir sie heute hier sehen also ich glaube, unser Taurus hat ordentlich zu kämpfen beziehungsweise eigentlich ist das ja kein Taurus, Taurus ist eine eingetragene Wortmarke von den österreichischen Bundesbahnen dass nur die Loks der Baureihe 10-16, 11-16 und 12-16 der ÖBB als Taurus bezeichnet werden ja, also eine zweite Lok hätte uns definitiv gut getan so, AFP stellen wir jetzt mal auch auf 100 nicht so viel Leistung auf einmal oh, was kommt uns dann da entgegen aha ein gemischt Warenladen auf jeden Fall sehr interessant, dass die 185 an Repaint hatte und an dieser Stelle einmal hier in den Fotomodus reingesprungen, denn ein Thumbnail brauchen wir für die heutige Fahrt ich würde sagen, hier in dieser Kurve sieht das doch sehr, sehr schön aus wir stellen die schiefen die schiefen Terfe ich habe mich da glaube ich schon mal versprochen die Schärfentiefe nicht die schiefen Terfe die stellen wir runter stellen den Schwerpunkt manuell ein an dieser Stelle ich hätte gerne den Fokus vorne dann einmal die Belichtung machen wir einmal so, dass wir die Belichtung erhöhen und vor allen Dingen die Helligkeit im Bild erhöhen genau wobei die Belichtung an sich können wir niedriger sogar setzen und ein ganz kleines bisschen Sättigung jawohl jawohl, perfekt ja, mein Späß hat Bahn immer wieder ein Genuss die Strecke zu fahren trotz ihres Alters fahre ich jedoch sehr, sehr gerne denn die Strecke ist einfach schön genauso wie Rosig Nord und da sind wir auch schon sehr lange nicht mehr glaube ich zusammen unterwegs gewesen auf Rosig Nord und ich weiß nicht wie es da bei euch aussieht aber ich hätte da auf jeden Fall Lust Rosig Nord mal wieder abzufahren vielleicht mit einem Vektron oh ja, genau Vektron Güterzug Rosig Nord also so ein Kohlebomber vielleicht ja, doch Übrigens apropos ÖBB Taurus der ist ja jetzt auch angekündigt für die Semmeringbahn die ja irgendwann vermutlich im Sommer erscheinen wird ich denke mal Sommer könnte gut hinkommen ähm oder vielleicht so Mai oder so die Semmeringbahn von Myrzuschlag nach Wiener Neustadt der Bahnhof Wiener Neustadt hat übrigens nichts mit Wien zu tun äh, das auch das wurde mir das ein oder andere Mal in die Kommentare geschrieben und äh, ungefähr so 14 Mal äh, ich hätte es auch schon nach dem ersten Mal gewusst aber okay ähm genau und da wird dann auch ein Taurus mitgeliefert und zwar ein überarbeiteter überarbeiteter Taurus das wird hier nicht die Baureise sein die wir hier haben sondern ähm das ist dann die 1116 die hat dann den blauen Führerstandstisch und vor allem hat sie halt die ähm MFDs also die modularen Führerstandsdisplays und hier nicht mehr diese analogen Anzeigen und da bin ich auf jeden Fall äh, sehr gespannt drauf weil das habe ich mir persönlich ja schon lange gewünscht diesen Taurus und der wird jetzt auch dann kommen und ich bin mir sicher es macht noch viel mehr Spaß dann in dem zu fahren wenn wir jetzt mal wieder einen neuen Taurus haben und zwar den eben mit dem blauen Führerstandstisch finde ich persönlich übrigens schöner der blaue Führerstandstisch als dieser grüne hier aber vielleicht liegt es auch einfach daran dass man als TSW-Spieler dann noch sehr an diesen grünen Tisch gewöhnt ist weil ja der Taurus ist ja einer oder die Bauerei 182 ist ja einer der ältesten Fahrzeuge die wir überhaupt haben war ja das allererste Lock-DLC das damals für Rapid Transit kam ja der hat sich zwar seitdem auch ein bisschen verändert ne also die Sounds sind jetzt mittlerweile neu für den Dispo-Lock Taurus äh hier für den Dispo-Lock Taurus wurden auch die Displays hier mal überarbeitet und so weiter und so fort ne also der hat sich auch ein bisschen verändert aber im Groben ist das ja immer noch das gleiche Fahrzeug aber der Taurus der dann kommen wird für oder mit der Semmeringbahn der ist dann natürlich überarbeitet und da freue ich mich auf jeden Fall auch schon sehr drauf mit dem dann durch die Gegend zu fahren aber genauso sehr freue ich mich auch auf Salzburg Rosenheim ist ja auch immanent der Release auch nicht mehr weit entfernt wenn dieses Video jetzt hier rauskommt dürfte der Release Pi mal Daumen eine Woche nur noch entfernt sein kommt hier am 27. Februar und diejenigen die über Steam spielen können ab dem 20. tatsächlich den Taurus schon vorbestellen und bekommen dann 10% Rabatt was glaube ich ein ganz guter Deal ist äh habe ich gerade den Taurus gesagt die Strecke ne also ähm Salzburg Rosenheim mit der Baureihe 111 den Dostos und ich glaube noch 185 von Raelian wird mitgeliefert ich hatte mir eine neue Lackierung gewünscht aber tatsächlich passt ja die Raelian Lackierung vom zeitlichen her ganz gut in die Strecke äh ist ja so um 2013 herum und da fuhren ja auf jeden Fall noch die Loks von DB Raelian durch die Gegend oder in der Lackierung von DB Raelian oder Folierung aber ja Baureihe 111 werden wir auch definitiv nicht nur auf der Strecke dann fahren sondern auch vielen anderen Strecken ne also 111 auf äh Wuppertalhagen absolutes Muss ne auf dem RI4 fuhr ja noch bis vor kurzem der die Baureihe 111 das ist gar nicht so lange her als sie da noch im Regelbetrieb war ansonsten Hauptstrecke Rhein-Ruhr sieht man die 111 manchmal noch als äh äh ja in einem in einem Ersatzzug gibt's auch ab und an ich bin auch übrigens ein großer Fan von den Sounds dieser Güterwagen das klingt wirklich sehr 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 gut oder also da muss man echt sagen Sounds die neuen Güterwagen Sounds die sind wirklich echt schön oh das ist auch sehr schön einmal hier mit der Drohne vorbei Vorbeiflug ja sehr sehr schön sehr schön Dostum in der 146 die hier steht in der DB Lackierung in der DB Fernverkehr Lackierung ist das Heigenbrücken ne das ist glaube ich nicht Heigenbrücken Lore hier steht auch die 204 von Rivet Games die ist unter anderem hier in Lore zu sehen können wir auch fahren theoretisch sehr sehr schön genau wir dürfen ja nicht schnell das 100k mehr fahren die PZB brennt uns da und ich glaube die Wagen dürfen im beladenen Zustand auch nicht schneller sehr enge Kurve hier krass dass man die mit 100kmh befahren kann und jetzt hier direkt von der Rechtskurve in die Linkskurve rein die auch sehr sehr eng ist und auch die dürfen mit 100kmh befahren und hinter der Kurve darf man dann theoretisch schneller fahren aber wir nicht da zieht sie entlang aber hier der Zug in voller Länge 20 Wagen haben wir glaube ich am Hagen das ganze übrigens hier im Free-Rom-Modus ich habe mich da einfach hin gespawnt mir den Zug hier zusammengestellt könnte man sich auch im Formations Editor zusammenstellen wer es halt auf dem PC kann ansonsten geht es aber auch einfach über den Free-Rom kann man sich einen Taurus hinspawnen man kann sich dann den Vectron mit den Eonus-Wagen hinspawnen den Vectron dann entkuppeln den Vectron danach wieder löschen den Taurus ankuppeln an die Eonus-Wagen sich einen Weg setzen über die Karte und dann kann man losfahren das war es mehr ist auch nicht vielleicht nochmal kurz den Weg kontrollieren je nachdem muss man vielleicht noch den einen oder anderen Wegpunkt noch mit einsetzen aber das war es also mehr gibt es da nicht was man da zu beachten hat jetzt habe ich aber gesehen da es leuchtet dort rot das will ich nicht das sieht ja doof aus ja oh einer meiner Lieblingsstellen das müsste Patenstein sein genau Patenstein denn wenn man in die andere Richtung fährt dann fährt man halt hier so auf diese Kurve zu mit diesen mit diesen Häusern die dann oben da drauf sind und diesen Felsen das sieht wirklich unfassbar schön aus da freue ich mich jedes Mal wenn man praktisch in diese Richtung fährt in die wir gerade blicken so bleiben wir mal wieder etwas länger am Führerstand wir waren jetzt die ziemlich viel in der Außenkamera irgendjemand hat mir mal vor Ewigkeiten in die Kommentare geschrieben ich lese ja immer eure Kommentare ihr seht das ja ich versuche auch auf die meisten zu antworten auf alle kann ich nicht immer antworten aber die meisten lese ich dann und gebe denen dann ein Like wenn ich die sehe und da hat irgendjemand vor Ewigkeiten in die Kommentare geschrieben dass ich doch bitte nicht so oft in die Außenkamera sollte weil das ist ja unrealistisch als Lokführer hat man ja nur diese Ansicht halt eben vom Führerstand und kann ja auch nicht irgendwie die Drohne starten und dann von außen gucken da dachte ich mir so ja weiß ich jetzt nicht der Simulator gibt mir ja die Freiheit dass ich ja während ich fahre und auch noch gleichzeitig meinen Zug von außen betrachten kann oder nicht gleichzeitig oder zumindest abwechselnd dann meinen Zug von außen betrachten kann und das mache ich eigentlich ganz gerne muss ich sagen immer mal wieder so von außen auch mal gucken sind die Wagen noch alle dran wie sieht das so aus als Zugverband ja ganz hübsch ne ähm mache ich schon ganz gerne muss ich ehrlich zugeben so ich glaube wir müssen allerdings nicht unbedingt die Geschwindigkeit von 100 kmh also ich glaube wir müssen nicht so schnell eine Beeinflussung fürchten denn ich meine weniger als 100 ist das eher selten die Geschwindigkeit die zugelassen ist das heißt also wir müssen auch hoffentlich nicht auf äh unter 55 dann runter bremsen so ob da dann 100 ja also von der einen Kurve in die nächste man merkt halt gerade hier so der Strecke ihr Alter an also wenn man sich da jetzt die Vegetation anguckt in der also so weit ist das ja nicht mehr entfernt aber der Berg da vorne mit diesen 2D-Bäumen ähm kaum irgendwelche Gras-Texturen das sieht schon sehr gruselig aus muss man ehrlich sagen also da fürchte ich dass ich gleich noch Albträume bekomme ähm von diesen Bäumen aber das ist halt eben so das Alter der Strecke da muss man ein bisschen nachsichtig glaube ich sein ich würde tatsächlich trotzdem jedem und jeder die Strecke empfehlen holt sie euch in einem Sale mein Spessartbahn ist einfach wirklich eine legendäre Strecke den Vollpreis würde ich dafür ehrlicherweise nicht mehr zahlen dafür dass die Strecke halt eben so alt ist und die Fahrzeuge die mitgeliefert werden nicht mehr ja im allerbesten Zustand aber wenn man dann jetzt hier sowas hat wie dann hier die 185 vorbeikommt in Doppeltraktion und man fährt hier von der einen Kurve in die nächste und die ganzen Hügel hier links und rechts das ist schön von daher also wie gesagt ich kann jedem diese Strecke empfehlen holt ihr euch allerdings in einem Sale und davon gibt es die einen oder anderen und die mein Spessartbahn ist sehr oft im Sale würde ich behaupten und sie lohnt sich meines Erachtens vor allen Dingen dafür dass die mein Spessartbahn halt eben anderen Streckern bei anderen Strecken häufig als Güterzug Layer im Fahrplan mit eingebaut ist also wenn man hier mein Spessartbahn wenn man die besitzt dann hat man beispielsweise auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr noch zusätzlichen Güterverkehr und bei anderen Strecken ist es auch so dass auch häufig auf die mein Spessartbahn zurückgegriffen wird wobei bei den neueren Strecken weiß ich es gar nicht so genau bei den neuen Strecken kann es auch sein dass auf Dresden-Riesa oder auf Kassel-Würzburg zurückgegriffen wird aber gerade die etwas älteren TSW2 TSW3 Strecken die greifen sehr oft noch als Layer auf die mein Spessartbahn zu von daher lohnt es sich allein dafür dass man auf anderen Strecken viel mehr KI-Verkehr hat und ehrlicherweise so eine Strecke wo einem kein Zug entgegenkommt wo kein Zug irgendwo abgestellt ist einfach langweilig da kann die Strecke selbst noch so schön sein aber wenn da wirklich alles andere tot ist keine Züge da entgegenkommen dann ist es halt am Ende auch nicht so eine schöne Erfahrung eine Ausnahme eine Ausnahme bildet da jetzt die Niddertalbahn weil das ist halt eine eingleisige Strecke wo einem prinzipiell nur sehr selten ein Zug entgegenkommt aber selbst da gibt es ja KI-Verkehr also die Baurei 110 die Baurei 103 die sieht man da ja trotzdem so was ist das nichts gefährliches Ankündigung 120 können wir einfach ignorieren genau also Niddertalbahn ist vielleicht was anderes aber ja ich merke gerade wir sind jetzt zweimal hintereinander im Taurus unterwegs wir waren ja vorher auch in der 182 noch im letzten Video aber gut okay das ist auch mal in Ordnung ist ja ein schönes Fahrzeug ich fahre den Taurus sehr gerne gerade den Dispolog Taurus mit dem überarbeiteten Sound der zwar immer noch nicht perfekt ist aber auf jeden Fall schon deutlich besser ist als der ursprüngliche Sound da haben wir eine Ankündigung ich hoffe sehr dass das keine Beeinflussung ist nein okay Glück gehabt der 1000 Herzmagnet war nicht aktiv sonst hätten wir jetzt auf 55 abbremsen müssen ja führerstand des Taurus altbekannt machen wir die Tür zu Gefahr das ist eine Beeinflussung und wir haben Halt zu erwarten das ist ja gruselig so wir haben schon die Prüfgeschwindigkeit unterschritten also alles entspannt müssen natürlich noch auf den aktiven 500 Hertz Magneten achten wir lassen mal ein bisschen rollen anscheinend haben wir den Zug vor uns immer schön geguckt auf die Signale und ob hier irgendwann 500 liegen könnte es kann sein dass wir vielleicht auf diesen Zug nur warten mussten jawohl genau also kein 500 Herzmagnet der uns jetzt beeinflussen wird hervorragend das heißt also wir werden uns jetzt wir werden wohl ein grünes Signal haben aber da ich mir noch nicht zu 100% sicher bin ob das grüne Signal für uns ist und ich gehe aber stark davon aus können wir dann gleich beschleunigen befreien können wir uns befreit sind wir jawohl wir beschleunigen das müsste dann jetzt Heigenbrücken ne das ist Lauffach oder ne das Heigenbrücken ich sehe keine da Heigenbrücken dann einmal auf die 70 und machen wir uns das Fernlicht an dann können wir auch im Tunnel ein bisschen was sehen jetzt wird es dunkel das ist nicht so ideal gelöst mit den Texturen in der Dunkelheit aber das ist auch viel zu hell da wird man ja blind so jetzt geht es hier noch glaube ich ein bisschen bergauf und ob da dürfen wir dann wieder 100 fahren ja hervorragend kann es sein dass da Loks abgestellt sind zum für den Schubbetrieb so jetzt können wir auch tatsächlich die Leistung rausnehmen denn ab jetzt geht es ordentlich bergab und wir müssen mal gut im Auge behalten ob die AFB es schafft uns runter zu regeln ja 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 sieht gut aus ach stimmt Zugleckenmesser haben wir auch ganz vergessen so wir können die AFB allerdings jetzt wieder auf 100 setzen Leistung müssen wir noch nicht aufschalten das macht die Schwerkraft bzw. die Hangabtriebskraft ganz von alleine da können wir jetzt einfach wirklich rollen lassen ihr seht wie schnell wir hier beschleunigen das ist jetzt so ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt das muss ein bisschen gruselig sein als Lokführer oder wenn man dann doch merkt okay ich habe einen schweren Güterzug hinter mir und jetzt geht es hier halt ordentlich bergab und alles was einen so ein bisschen ja alles worauf man sich verlassen muss das sind halt die Bremsen dass das wirklich funktioniert aber zum Glück ist ja passieren ja sehr selten Unfälle dergestalt dass da irgendwelche Bremsen nicht funktionieren so wir sehen die AFB setzt die E-Bremse voll ein wir können auch mal hier gucken ob da die Zugbremse mit benutzt wird ja ihr seht das hier also die E-Bremse schafft das nicht alleine die Zugbremse wird da mit dazu genutzt das macht die AFB hervorragend ihr seht da wie die Nadel da hin und her schwankt sehr sehr gut das freut mich sehr Geschwindigkeit wird hervorragend gehalten trotz 2,2% Abstieg das Fernlicht können wir wieder aufschalten ausschalten ja ihr seht hier volle E-Bremskraft ist drin 100% auch mal eine interessante Perspektive oder? train hopping nennt man das ja die Leute die illegalerweise auf Zügen unterwegs sind niemals machen das ist in höchstem Maße gefährlich vor allen Dingen mit einer Oberleitung aber so ein Bild ist wirklich sehr schön oder? ah herrlich so in der Kurve wieder die ganzen Wagen hier wackeln und dann hier zurückguckend das ist auch eine wirklich coole Perspektive oder? haben wir nur kurz geguckt wie es signaltechnisch aussieht für uns und ja ok ich dachte ganz kurz das Wasser gelb ist das für uns aber das ist mit Licht in der Fall also ich weiß nicht wie es euch geht aber ich mag die Perspektive sehr TXL Logistik 185 auch hier am Start sehr schön wir haben schon einige Rückplans gesehen für die 185 ich glaube das ist die Kassel-Würzburg 185 oder? toll wir können noch ein bisschen weiter nach hinten laufen wir mal noch so drei Wagen weiter nach hinten und genießen mal einfach wirklich diesen Blick haben wir auch nicht alle Tage würde ich sagen so fühlt man sich jetzt als Güterzugladung ich weiß gar nicht was wir genau eigentlich geladen haben ist das Gleisschotter? ja oder? wie so eine Schotter-Textur so das war hoffentlich grün als wir drüber gefahren sind schön 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 so genug Blast-Shotter gespielt wir gehen mal wieder in die Innenansicht zurück und sehen wir haben auch nur noch sieben Kilometer hin bis Aschaffenburg und gehen dort in ein Abstellgleis wissen wir was mich am Vektron stört aber das hat nichts mit dem TSW zu tun mich stört am Vektron dass wenn man hier nach rechts guckt ist dort kein Fenster sondern das Fenster ist dort im Vektron weil die Tür halt da ist und das finde ich jedes Mal aufs Neue irgendwie komisch ich möchte rausgucken und dann sehe ich nichts aber wie gesagt das hat jetzt nichts mit dem TSW zu tun sondern das ist halt einfach der Realität geschuldet Huch da fehlen aber Texturen was denn da los? das könnte halt eine Mod sein die irgendwie nicht aktualisiert wurde weiß ich jetzt nicht auch da ist auf einmal 185 aus dem Nichts aufgetaucht habt ihr das gesehen? wo kommt ihr denn da? einfach mal aus dem Portal gespawnt moin mit falscher Stromabneger Konfiguration der Kollege so vier Kilometer noch wir haben eine beeinflussung zu erwarten und gehen mal dementsprechend weil es auch bergab geht ordentlich schon mal in die Bremsstellung rein ich würde sagen die E-Bremse können wir voll durchziehen das ist eine Ankündigung für 60 wir müssen aber natürlich erstmal unter 55 das beeinflusst mir nicht sondern davon werden wir beeinflusst und bestätigen es vielleicht sind wir ein bisschen zu hart zu früh in die Bremse reingegangen nee 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 keine Tür frei nein keine Tür freigabe die kriegst du nicht so ein bisschen beschleunigen können wir wieder fahren jetzt hier über dieses Nebengleis dieses Ausweichgleis und fahren jetzt aber allerdings nicht schneller als 55 sonst kriegen wir eine gewischt von der PZB und das wollen wir bekanntermaßen nicht so das E-Bergab geht nehme ich mal die Leistung jetzt raus hier mit 45 kmh das reicht ungefähr wir werden die E jetzt noch ein bisschen beschleunigen und haben weiterhin langsam Fahrt zu erwarten und zwar Ankündigung auf 40 kmh dem Streckenmonitor entnehmend so wir sind jetzt schon 52 kmh schnell jetzt wird es mal Zeit ein bisschen die E-Bremse wieder reinzuschmeißen dass wir jetzt hier nicht zu schnell werden und müssen gleich E runter auf 40 kmh das machen wir versuchen wir mal wirklich nur mit der E-Bremse ja das klappt auch soweit so gut wir sind Güterverkehr abgestellt eine 204 sehe ich dort auch sehr schön so was mag ich ja sehr ja so ab da vorne gelten die 40 kmh also jetzt nochmal die E-Bremse rein so 40 kmh sind erreicht und dann haben wir euch halt zu erwarten und sind dann auch schon da in Aschaffenburg das ist Aschaffenburg Hauptbahnhof alt bekannt und auch neu bekannt wenn man es so möchte auch aus der Maintalbahn so und dann sind wir hier auf den letzten Metern unterwegs wo ich mich schon mal für das zugucken das fleißige kommentieren das Daumen nach oben das hier regelmäßig kommt bei allen hier bedanken auf dem Kanal das bedeutet mir wirklich sehr viel ich freue mich immer von euch zu hören und habt auf jeden Fall sehr viel Spaß dran und ich hoffe ihr auch so so das ist der 1000 Herz ähm der 500 Herz Magnet 500er leuchtet jetzt nein ich habe keine Türen die ich freigeben könnte liebe Lok das kann ich dir mit Gewissheit sagen so da vorne ist das Signal sehr schöne Bremssounds von den Wagen sehr schöne Bremssounds von den Wagen oder sehr schöne Bremssounds von den Wagen oder 204er sind dort und dann kann man ja mit der Maintalbahn da kann man ja auch dort langbrausen oh da kommt direkt noch ein Güterzug und dann biegt man da rechts ab und fährt dann auf der Maintalbahn sehr sehr schön dann bleibt mir nichts anderes übrig als mich dann noch einmal zu bedanken bei euch fürs Zuschauen wir sehen uns dann beim nächsten Mal hoffentlich wieder beim nächsten Video bis dahin bleibt stabil und bis zum nächsten Mal macht's gut